schwert geflüster der hemer podcast mit alexander für gut und michael sprenger schwert geflüster folge 50 und weil es mal wieder ein jubiläum ist haben wir was besonderes vorbereitet beziehungsweise ich habe was besonderes vorbereitet ich habe nämlich den michael dazu genötigt einen film anzuschauen in vorbereitung für diesen podcast ich habe mich vehement dagegen gewehrt am anfang ja was waren da so die gründe dafür ich konnte mit diesem film nichts anfangen also ich kannte ihn nicht ich wusste nicht worum es da geht ich wusste nicht was wir jetzt ich wusste nicht so richtig was du von mir willst jetzt mit diesem film wie wir darüber eine folge machen sollten nur weil es da drin eine fechtszene gibt das werden wir natürlich alles in der heutigen folge aufklären wir reden über the princess bride aka die brautprinzessin aka die braut des prinzen kurz zur erläuterung der englische filmtitel ist die princess breit der deutsche filmtitel ist die braut des prinzen und der buchtitel des buches auf dem das ganze basiert ist die brautprinzessin und der film wurde im jahre 1987 veröffentlicht ist also damit 33 jahre alt zu diesem zeitpunkt so alt wie ich also hat schon ein paar jährchen auf dem buckel und das buch habe ich hier neben mir liegen das ist in der ersten fassung erschienen 1973 von william goldman ja es ist spannend weil genau diese reaktion mit das klingt ja überhaupt nicht nach einem interessanten film haben viele das hatte ich auch ich habe den auch erst vor ein paar jahren gesehen meine freundin war auch so die kannte den und fand den ganz toll und wollte den mir mal zeigen nach so ein alter schinken und braut und prinzessin das ist doch bestimmt schon hier so ein mädchenfilm und so und der der bucheinband hilft auch nicht also die variante die ich hier habe ist vom klett verlag und das ist einfach ein rosanes buch mit herzchen drauf und pfeilchen und zugegebenermaßen auch drei rapieren aber ja es sieht nicht so richtig einladend aus ja über den film gibt sehr viel zu erzählen denn er hat die moderne himmer szene und die leute darin sehr stark beeinflusst es gibt sehr viel über die also fecht szene darin zu erzählen über die wir auch noch reden werden und die leute die mitgearbeitet haben haben auch eine ganz interessante hintergrund geschichte aber bevor wir in die ganzen behind the scenes sachen einsteigen wie hat er denn der film ist gefallen michael hat er war schon echt gut also der ist ein bisschen wie soll ich sagen old school die die aufmachung der der ganzen requisite also dass sie die du erkennst halt dass es im studio gedreht wurde und es ist aber trotzdem irgendwie sehr liebevoll gemacht und hat sich da sehr viel mühe gegeben und ja es ist unglaublich unterhaltsam also die die story ist völlig also die kann man auch weglassen und einfach sozusagen die aneinanderreihung von von diesen witzigen episoden machen aber man hat jetzt noch eine story dazu so ein bisschen eine märchengeschichte dadurch so ein gewissen spannungsbogen und man weiß wer gut und wer böse ist und ja das hilft einem dann auch schon ein bisschen durch den film hat mir super gut gefallen sehr unterhaltsam und natürlich die die fecht szene ich hatte vorher schon bei bei youtube mehr angeguckt im kontext aber noch mal noch mal schöner finde ich für die leute die den film jetzt nicht kennen ihr habt was verpasst holt das nach es ist ein film den man heute auch noch prima anschauen kann wie ihr hört ich würde sagen wir geben trotzdem noch eine kurze zusammenfassung von der story so jetzt erstmal spoiler frei dann kriegt dann eindruck und wenn er dann den film noch anschauen wollen könnte auch hier passiert und den film anschauen danach weitermachen ja absolut und zwar geht es darum wir sind in einem königreich das sieht alles ein bisschen nach fantasy aus da gibt es einen reichen schnöseligen prinzen so wie die halt so sind und der heiratet die schönste im land die schönste im land ist die buttercup auf deutsch die butterblume das ist eine hübsche junge blondine die auf einem hof aufwächst und da haben sie einen stallburschen namens wesley und wie das halt so ist stallbursche sie verlieben sich ganz arg aber irgendwann sie haben beide keine kohle zum heiraten und dann sagt wesley er zieht jetzt aus und guckt mal nach geld und nach anstellung irgendwo anders dann kommt er nicht wieder wird auf see gefangen genommen von dem schrecklichen beraten dread pirate roberts und butterblume herz gebrochen total enttäuscht stimmt dazu dass sie den schnöseligen prinzen heiratet weil warum auch nicht das leben hat ja eh keinen sinn mehr ist ein bisschen die ja ist aber davon so wie es verstanden habe ist sie noch davon überzeugt dass wesley auf jeden fall irgendwie wiederkommen wird stimmt doch stimmt er dort nur unter der bedingung zu dass er nicht wiederkommt oder ja genau es war so ein vielleicht lebt er ja doch noch und der sagt also der prinz sagt dann okay dann schicken wir halt boten in alle vier richtungen aus also boten auf boote und wenn er bis zur hochzeit da ist dann blasen wir das ganze ab und dann scheier das mich als natürlich wirklich tot wenn er da nicht kommt und das so die hauptgeschichte in diesem fantasy reich und eingebettet ist das ganze in der narrativ dass ein opa seinem enkel diese geschichte vorliest und das ist auch im buch so wo dann immer mal wieder so anmerkungen vom autor kommen dass er hier eigentlich ein episches kapitel hat er hat es dann gestrichen weil er sich dachte das passt eh nicht so gut oder es so ja einfach mal so sachen weggelassen werden weil ja das war eine ganz wichtige und emotionale sache für die beiden aber wenn man das im nachhinein erzählen würde das würde einfach nicht so gut rüberkommen also da wird hier sehr viel mit der vierten wand gespielt also man hat noch so eine geschichte um die geschichte drumherum genau und der opa ist übrigens der darsteller von colombo und den einige vielleicht kennen peter farb ja der großfertigste großvater aller zeiten der verwirrteste großvater aller zeiten ja und das schöne ist er sagt halt seinem neffen genau dieses so ja ich habe hier ein buch der princess bride die brautprinzessin und der neffe so ober das habe ich so ein knutsche buch oder und genau das denkt man sich wenn man halt dieses buch sieht oder diesen film zum ersten mal irgendwie von dem hört so brautprinzessin das ist doch so ein romantisch romantik chick flick film da naja jetzt muss sich natürlich jeder selber eine meinung bilden und den film ansehen den es auch in den ganzen modernen medien zum zum anschauen gibt zum beispiel bei amazon kann man sich bei prime prime video ansehen so habe ich das gemacht also man muss jetzt nicht unbedingt oldschool in die videothek gehen und sich eine dvd ausleihen zu blockbuster oder in irgendwelchen hema underground foren sich sich da eine kopie ziehen passt auch nicht viel ich habe das über weihnachten auch noch mal gemacht das war für die englische fassung irgendwie vier euro oder so also das völlig okay er spielt übrigens zu weihnachten das heißt es ist eigentlich auch ein weihnachtsfilm auch wenn das in der fantasy welt nicht so richtig thema ist aber man kennt es ein bisschen an der deko im haus und damit ist er ja eigentlich so die hart stirbt langsam der princess brite sind eigentlich ja dann so die zwei weihnachtsfilme schlechthin würde ich mal ich wollte gerade sagen wenn ihr sozusagen stirbt langsam geguckt habt dann könnt ihr am nächsten tag der princess brite gucken genau also ich habe es andersrum gemacht erst princess brite dann stirbt langsam aber ja habe ich diese auch so rum gemacht gut an dieser stelle würde ich sagen fangen wir machen mit der story weiter das heißt achtung achten jetzt kommen die spoiler und zwar butterblume wird dann vor ihrer hochzeit entführt von einem trio von einem offensichtlichen gangster und meuchelmörder trio da gibt es einen kleinen den sizilianer es gibt einen sehr großen fetzig den türken und es gibt einen spanier inigo montoya und die möchten eine butterblume mitnehmen die packen sie auf ein schiff und dann soll sie ermordet werden an der stelle wo sie dann später gefunden wird und das möchten sie quasi dem gegnerischen reich zuschreiben dass sozusagen das so aussieht das hätten die gegner dieses landes in dem sie sind die butterblume entführt hätten sie gemeuchelt und dann gibt es krieg und so und wie man später erfährt ist das alles von ihrem ehemann von ihr von dem prinz hamper dick eingefädelt weil der gerne krieg möchte und das irgendwie für eine gute gelegenheit zieht das ist meine sache ja und wie das halt in vielen dieser zeit so ist packen sie auf ein schiff und dann fahren sie erst mal zu den klippen des wahnsinns das mal zu macht und dann der der große der türke der fetzig der packt da hängt quasi ein großes seil runter da kletschern sie dann so nach oben und alle anderen hängen sich einfach an den dran weil der so groß und mächtig ist sieht er die anderen einfach mit nach oben und ihnen ist vorher schon aufgefallen dass sie von einem anderen schiff verfolgt werden und es kommt dann ein schwarz gekleideter her der verdächtig wie zauer aussieht unten auf dieser insel an und fängt an hinter denen das seil hoch zu klettern also er ist dann ganz allein auf seinem schiff hinterher gefahren um sie hat sie auch sozusagen aus dem nichts heraus aufgespürt ganz plötzlich und dann alleine verfolgt bis zu den klippen des wahnsinns wo er jetzt das seil hochklettert dann kommt dann kommen die anderen oben an also unser gangster trio mit der butterblume und was macht man natürlich wenn einer am seil hinter einem her klettert man schneidet das seil durch ganz genau und jetzt könnte man meinen ah verdammt jetzt ist die story zu ende aber nicht ganz sie gucken dann nämlich über die klippe weil nicht wie heute in filmen man denkt schon der wird tot sein und läuft dann weiter und dann ist es doch nicht sondern man guckt nach ob er wirklich am boden zerstellt ist stellen dann aber vor fest nein ist er nicht er hat rechtzeitig das seil losgelassen sich an der klippe festgehalten und klettert ihnen jetzt hinterher nicht besonders schnell aber stetig weil ist natürlich einfach mit dem so ein seil da hoch zu klettern und das ist denn aber irgendwie dem gangster trio ein bisschen zu jetzt dauert derzeit ewig bis der typ da hinterher gekommen ist und aber so richtig wollen sie ihnen jetzt auch nicht auf ihren fersen haben und sie entscheiden dann sich aufzuteilen nämlich zwei 40 und der sizilianer sozusagen mit der butterblume abzuhauen und inigo montoya bleibt da um ja um den verfolger auszuschalten oder ganz genau der soll den der soll den aufhalten und kalt machen das ist ein klarer befehl vom sizilianer also passiert das auch so dauerhaft aufhalten ja wir sind ja glaube ich immer noch in den ersten 20 minuten oder so des films und das ist dann letztendlich auch der anlass für die großartigste duell szene aller zeiten die man auch bekannt als das gesprächige duel der chatty duo inigo steht dann nämlich oben an dieser klippe und guckt runter und dann sieht er der anderen hochklärt dann packt er schon mal sein seine waffe aus das ist ein rapier macht so ein paar bewegungen in der luft macht sich so ein bisschen warm und bereitet sich auf das duell vor dann guckt er noch mal runter stellt fest ach der andere ist immer noch nicht besonders weiter und da wird ein bisschen ungeduldig dann sagt er hey kannst du ein bisschen schneller machen und dann hängt der andere so und meinst du ja das schon auch wenn sie so aussieht ist schon ziemlich anstrengend und wie das halt so ist als echter gentleman bietet er ihm dann an ein stück seil hinunter zu werfen dass er hochklettern kann und ihm könne man ja vertrauen weil er sehr spanier darauf erwidert der mann schwarz nein er kenne zu viele spanier das macht er nicht woraufhin in niveau dann ein bisschen mit dem plauder dann sagt ob es nichts gibt womit man ihn überzeugen könnte am seil hochzuklettern dass er endlich schneller ihr duell bis zum tod haben könnten und dann sagt er ja gibt es jetzt nichts was mir gerade einfällt woraufhin in niveau dann einen seiner berühmtesten sätze sagt oder das ist noch nicht der berühmte satz aber schon mal darauf hin leitet nämlich dass er auf seinen toten vater domingo montoya schwört und gut dann akzeptiert er das weil er merkt dass der andere das ernst meint klettert am seil nach oben dann kommt also der mann in schwarz oben an zieht sein eigenes rapier und indigo so nein 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 moment du bist ja total ko von dem ganzen klettern wir machen das erst mal wir machen so wenn du soweit bist ja und dann sitzen sie so ein bisschen und unterhalten sich so ein bisschen und indigo erzählt dann eine geschichte denn er hat ja nicht umsonst auf seinen toten vater geschworen das war ja ist ja schon ein signifikanter teil auch der gesamten story des des gesamten buchs beziehungsweise films der der vater und dessen ableben genau maximal die variante erzählen wie sie im film einfach erzählt wird ja im film erzählt indigo dass sein vater getötet wurde und zwar fragte den maskierten mann aber zufällig sechs finger an einer hand hat und zeigt ihm dann die hand da sind nur fünf dran und indigo erzählt dann dass ein sechsfingeriger mann seinen vater ermordet hatte sein vater war schwertmacher und eines tages kam sechs fingern man in in die schmiede und bestellte eben ein eine waffe und das sollte dann eben eine gewisse zeit lang dauern ich weiß gar nicht ein jahr oder sowas ja und nach dieser zeit hatte er diese diese waffe fertig und der sechsfingerige mann kam wieder zurück und wollte sein schwert holen aber für einen bruchteil des preises glaube für ein zehntel oder sowas ja genau also signifikant weniger als abgemacht und da hat sein vater natürlich gesagt nein das macht er nicht und daraufhin hat der sechsfingerige mann seinen vater erstochen und seinen sohn hat dann versucht noch irgendwie aufzubegehren und hat dann zwei narben im gesicht davon getragen also indigo ja und seitdem hat indigo sich dann gesagt dass er sich dafür rächen möchte und er hat dann auch so ein bisschen an seinen fechtskills gearbeitet genau also erwähnt dann noch dass er jahrzehntelang durch die welt gezogen ist und da fechten gelernt hat von verschiedenen meistern von jeder dem er konnte und quasi der sozusagen einer der weltbesten fechter geworden ist indigo lichtenauer genau das ist nämlich auch schon die erste spannende parallele aber dazu gleich noch mehr ich möchte noch kurz auf das duell selber eingehen was dieses duell so besonders macht ist zum einen dass die beiden die ganze zeit sehr höflich miteinander sind also die fechten dann die ganze zeit hin und her wie man das aus dem film in dieser zeit so kennt also die machen halt so eine bühnen choreografie aber das eigentlich ganz nett und sie reden halt die ganze zeit miteinander und es kommt ein ganz berühmter dialog vor in der einigen fechtern sicherlich bekannt vorkommt ich mache jetzt beide stimmen und zwar indigo montoya ah you're using bonetti's defense against me ah i started fitting considering the rocky current terror and naturally you must suspect me to to attack with capo ferro naturally but i find that the bow cancels out capo ferro don't you unless the enemy has studied his gripper which i have das heißt hier werden vier unterschiedliche fechtmeister die mit rapieren gefochten haben von denen wir heute auch noch quellen haben benannt nämlich bonetti capo ferro tibou und agrippa und das ist der hammer weil es ist ein mainstream film aus 33 jahre alter mainstream film wo echte fechtmeister genannt werden das ist so wie wenn heute in game of thrones der hauptcharakter den epischen kampf in der letzten folge der letzten staffel irgendwie gewinnt und dann sagt das ist alles nur weil er letzte woche bei lichtenauer trainiert hat das ist das war der shit schlechthin vor allen dingen muss man sich ja bewusst sein dass die nennung dieser vier fechtmeister für ungefähr 99 prozent des publikums was diesen film sieht völlig irrelevant ist also man hätte dort sonst was für namen nehmen können und man hat sich aber die mühe gemacht wirklich rapiermeister auszuwählen und auch das in den entsprechenden kontext zu setzen also was die eine schule gegenüber der anderen vielleicht für vor oder nachteile hätte und das spannende ist meine freundin wollte mir ja den film wie gesagt zeigen und hat es dann auch und die hat dann es war vor ein paar jahren da haben wir beide schon lange hemer gemacht den film nochmal angeschaut und dann sitzt mit offenen augen dieser szene da ich bin so voll geschockiert so was die sagen doch fechtmeister alles echte menschen und die sitzt dran ich dachte immer das wären fantasienamen ich habe den film schon so lange nicht mehr gesehen und das ist auch im buch so drin also die szene ist genau gleich im buch beschrieben beziehungsweise im buch sind sogar noch zwei mehr da erwähnt er noch fabrice und senkt oder ich weiß nicht genau wie man das ausspricht s a i n c t das ist natürlich salvatore fabrice und henry de saint didier oder didier und das ist schon eine französische fechtmeister deshalb spreche ich den auch so miserabel aus und ja das schon mal das schon mal ziemlich der hammer und über die fechtmeister wollen wir gleich auch noch reden und spannend ist aber an dieser stelle noch also vielleicht ein kleines trivia noch die die beiden die das machen also der schauspieler vom man in black der sich dann später als wesley herausstellt also als die erste liebe butterblume ist und indigo montoya die wurden von bob anderson skoniert bob anderson ist ein ganz legendärer choreografer und ja also stand choreograf mensch der auch an star wars und co mitgearbeitet hat über den werkt man nachher noch ein bisschen reden und die haben das ursprünglich für eine also war das auf eine minute angesetzt diese szene dann sind sie zum regisseur gesagt gegangen der hat gesagt nee nee das geht gar nicht wir müssen mindestens drei minuten rauskriegen und dann haben sie halt noch ein bisschen bisschen was eingebaut mehr schritte bisschen mehr dialog und dann war es am ende drei minuten zehn szene so wie der regisseur sich das gewünscht hat jetzt muss man sich aber mal vor augen führen wie lang drei minuten beim fechten sind also wenn du jetzt was wir kennen den den kontext du du hast irgendwie ein turnier drei minuten das ist ja ewig lang dafür da hast du zig austäusche dazwischen und jeder von denen der geht maximal irgendwie so 30 sekunden und dann ist irgendwie was geschehen was den kampf beendet hätte das heißt drei minuten vor und zurück ohne dass eine aktion passiert die dieses gefecht nachhaltig beendet ist eine unendlich lange zeit und ich habe das das selber mal bin selber mal in die verlegenheit gekommen für ein eine fernsehproduktion ein eine fechtszene schauspielern beizubringen und da war es schon ja wenn die irgendwie keine ahnung wenn die eine halbe minute gehen sollte das war schon unendlich lang also du hast dort irgendwie für sagen wir mal zehn sekunden irgendwas abwechslungsreiches vernünftiges was halbwegs authentisch ist hinbekommen und sobald es länger wird da musst du dann wirklich anfangen damit zu arbeiten dass einer mal irgendwie stolpert oder nen nen weiteren weg irgendwie zurücklegt oder sich ein ganzes stück zurückzieht und man quasi eine szene neu aufbauen kann aber drei minuten für eine fechtszene ist einfach mal irre lang es gibt einen kniff in dieser szene der auch so im buch drin ist und zwar fängt inigo an mit links zu fechten obwohl er eigentlich rechts hände ist weil er ist so ein großartiger schwert fechter dass er schon lange keine herausforderungen mehr hat und er möchte sich selber ein bisschen schwerer machen und fechtet deshalb mit links bis er halt merkt also sollte dieser eine dieser maskierte quasi derjenige sein der so gut fechtet dann würde auf rechts wechseln aber er fechtet prinzipiell immer mit links weil mit rechts ist so einer der besten fechter aller zeiten und mit links ist aber immer noch sehr sehr gut und auch das ist eine interessante parallele zu heute es gab ja auch bei uns ein paar fechte in der hemer szene die sind dann halt in länder gekommen die hemer mäßig noch nicht so weit entwickelt waren und wollten da aber beim planieren mit fechten was haben sie gemacht haben wir mit links gefochten so axel pettersen hat das zum beispiel in mexiko irgendwie ein paar mal gemacht vor vor vielen vielen jahren und ja genau das gleiche ich hier halt auch so er fühlt sich unter vorder was mache ich dann fechte ich halt mit links man muss dazu sagen der der mask man also der man im black ficht auch mit links also sie fangen beide an mit links gegeneinander zu fechten fand ich als links natürlich ganz großartig ja in dem buch ist es auch so schön beschrieben wie in nico sich dann freut ach ist das toll meine schwache seite gegen seine starke seite vielleicht habe ich dann endlich mal ein bisschen herausforderung und er stellt sich dann im laufe des duels allerdings heraus dass der man im black ein sehr guter fechter ist und in nico sieht sich tatsächlich gezwungen auf seine rechte hand zu wechseln und sagt das auch mit den mit den worten also es gibt noch einen dialog dazu dass er eben gar kein links sender sei dann drängte den man im black zurück wie gesagt das hier die ganze zeit sehr höflich weiter vom dialog her dafür dass versuchen sich umzubringen und der man im black sagt dann aber es gibt etwas was du nicht über mich weißt ich bin nämlich auch nicht linkshänder und zu fechten dann beide mit rechts weiter und es passiert das für in nico und denkbarer er wird tatsächlich geschlagen und dann wird ihm quasi der rapier mit der letzten aktion aus der hand geschlagen das ist auch eine ganz coole szene weil das was der man im black macht der der bringt in nico so ein bedrängnis dass der dem schwert spitze sozusagen hinterher geht also der versucht zu versetzen jetzt mal mit langschwert sprache und der man im black wechselt dann die ganze zeit durch der macht so ein durchwechsel links rechts oben unten und so weiter und der andere kommt gar nicht mehr hinterher mit den augen versucht nur noch zu versetzen und es ist auch ja was eine ganz typische szene die man hat wenn man irgendwie leute so weit bringt dass sie komplett überfordert sind dass sie nur noch deine spitze ja und dann hast du dann kannst du fast alles mit ihnen machen weil sie nicht mehr zu dir fechten und dann wird er entwaffnet dann kniet er sich hin gibt noch mal ein letztes stoßgebet zu seinem vater dass es ihm leid tut sozusagen dass er sich nicht rächen konnte und erwartet dann dass der man im black in kalt macht das wäre ja aber für diesen wunderbaren film eine viel zu brutale szene da war ja schon brutal genug dass angedroht wurde die butterblume umzubringen es geschieht dann natürlich nicht ja mit der schönen begründung dass das wenn er ihn jetzt umbringen würde das wäre so als würde er ein schönes kunstwerk zerstören das würde ja nicht gehen ja also schlägt ihn einfach bewusst los und geht dann weiter und rennt dann jetzt den den dreien also butterblume fetzig und dem sizilianer hinterher genau und die ausbildung von inigo wird im film nicht so genau beschrieben aber im buch ist sie noch eine ganze stelle mehr drin und zwar ist die hintergrundgeschichte so dass inigos vater einer der besten rapierhersteller des landes ist aber der ist künstler der möchte nicht stangenware machen sondern der möchte die herausforderungen haben und der hat einen alten freund von sich dem jeste der jeste wohnt in madrid und jeste stellt rapiere her für für reiche leute und auch für normales volk und man dem kann man auch besonders gute rapiere bestellen jeste selber kann auch gute rapiere herstellen er kann nicht die besten rapiere herstellen und er kommt dann immer so einmal vielleicht auch zweimal im jahr zu domingo montoya also zu inigos vater und sagt er hat da so einen schweren auftrag der ist so anspruchsvoll den kann er selbst nicht lösen ob domingo ihm nicht eine rapier dafür machen könnte und domingo möchte aber weder das geld er möchte nicht den ruhm er möchte nur eine herausforderung er möchte etwas anspruchsvolles herstellen können auch das übrigens eine spannende parallele zu leuten die heute hochklassige scharfe schwerter herstellen so dieses ah nee da habe ich keinen bock drauf ah das das klingt spannend ja das würde ich machen ja und das ist so ein netter dialog so dieses ähm weißt du wenn du einmal hier vorgefahren kommst und sagst domingo ich brauche einen Degen mit dem man 80er Jahre ein Duell bestehen kann dann werde ich dich küssen und die Arsch renne das wäre schon etwas ein Degen zu machen mit dem man 80er Jahre ein Duell überlebt die Waffe müsste stark genug sein damit er gewinnen kann aber doch so leicht dass seine Arme nicht ermüden müsste alles aufbieten um vielleicht noch ein unbekanntes Metall zu finden das hart aber sehr leicht wäre oder eine neue Formel für ein bekanntes vielleicht etwas bronzenes mit etwas Eisen etwas Luft gemischt in einem seit tausend Jahren noch nicht dagewesenen Verhältnis deine stinkenden Schüsse würde ich dir küssen für so eine Chance auf ein dicker Gäste aber ein stupiden Ding mit einem dummen Juwelen ein stupiden Initial damit ein Idiot von einem Italiener von seiner stupiden Matresse wichtig tun kann nein das mache ich nicht das ist leider im Film nicht vorhanden dieser wunderbare Dialog ja wo dann noch über die ähm die Italiener ja gezogen wird ja und es sind ja Spanier ne also auch quasi es spielt tatsächlich in unserer Welt weil es gibt Spanien, Italien, Frankreich und so aber da kommen wir gleich noch dazu und Domingos Wunsch ist eigentlich dass er das perfekte Rapier herstellt ähm also sie haben es jetzt hier Degen genannt aber es sind ziemlich klar Rapiere gemeint auch von der Zeit her und das gelingt ihm aber nicht weil er immer nur so banale Aufträge kriegt die eigentlich zu einfach zu erfüllen sind nur darum muss Jeste auch immer ganz arg betteln dass Domingo ihm eine Waffe macht und dann steht eines Tages eben genannter sechsfingere Mann vor der Tür und möchte von ihm entdecken und er will ihn eigentlich erst wegschicken und so nee nee ich mach keine Rapiere nee ich mach keine Schwerter völliger Quatsch und so weiter und so fort und dann sagt der Mann mit den sechs Fingern zu ihm ich bin ein großer Fechter aber ich finde keine Waffe die zu meiner Besonderheit passt daher bleibt es mir versagt meine höchsten Fähigkeiten zu erreichen wenn ich eine Waffe hätte die zu meinen Besonderheiten passte käme niemand auf der Welt mir gleich ah was sind das für Besonderheiten von denen ihr sprecht der Edelmann hielt seine rechte Hand hoch Domingo begann in Auffregung zu geraten der Mann hatte sechs Finger und da ist er jetzt wirklich mal begeistert weil das ist mal eine Herausforderung endlich hat er mal jemand bei dem er sich richtig reinknien muss um dem ein passendes Rapier zu machen das kennt ja auch ungefähr wahrscheinlich jeder der schon ein paar Jahre ficht und dann alles mögliche an Waffen ausprobiert hat und dann ah das ist zu lang das ist zu schwer das ist zu unbalanciert und haben das denn nicht gesehen und dann sucht man dauerhaft nach sozusagen etwas was einem was die persönlichen wie soll ich sagen Besonderheiten befriedigt genau und Domingo macht dann auch noch weiter und sagt natürlich die Balance ist falsch für euch weil sie immer auf fünf Finger berechnet wird eure Hand verkrampft sich an jedem Griff der ist für fünf gebaut einen normalen Fechter würde es nichts ausmachen aber ein großer Fechter ein Meister würde schließlich Schwierigkeiten haben und der größte Fechter der Welt muss einen bequemen Zugriff haben der Griff seine Waffe muss ihm so natürlich sein und darf ihn nicht mehr Gedanken kosten als sein Augenzwinkern und das ist doch mal eine richtig gute Beschreibung wie das funktioniert weil genau so ist es halt einem Anfänger ist es wurscht dem gibt es irgendein Durchschnittsschwert in die Hand passt schon aber je besser du wirst je besser dein Fechten wird desto anspruchsvoller wird man auch selber wie gut die Waffe zu einem passt ja so Anfänger an den kannst du so einen Nylon Waster hinhalten damit sind die zufrieden wo dann der hochklassige Fechter Meister der Kunst sagen wird ha lächerlich ja und ist ja auch okay zum Anfang nur irgendwann sieht es halt ein bisschen anders aus und ja wir hatten das ja schon das dauert ein Jahr den herzustellen und bei Jeste läuft es so 50% Anzahl und dann kommst du nach einem Jahr wieder dann kriegst du eine Waffe auch das nicht unähnlich zu High-End Schwertherstellern heute die sagen dann zwar manchmal ist es im Halben fertig aber am Ende dauert es gerne mal ein Jahr ja und dann wird ganz schön beschrieben wie er halt diesem Schwert rumbauen so ja ein Jahr lang wo mal der Griff stimmte aber die Balance nicht dann stimmte die Balance aber die Schneide war zu stumpf dann wurde die Schneide geschliffen ah das warf dann die Balance um dann kam die Balance wieder aber noch war die Spitze zu dick dann gewann die ihre Spitze ihre Schärfe zurück da war die ganze Klingel zu kurz dann musste man gerade nochmal von vorne anfangen und auch das ist halt genau die Geschichten die ich zum Beispiel von Lukas von uns immer zu hören kriege also ich bin ja sozusagen ein bisschen näher daran an Leuten die privat aus reiner Lust an der Laune Schwerther herstellen aber das ist genauso dieses ja und dann im Endeffekt bist du die ganze Zeit am Schleifen dann marschiert ein bisschen was dann stimmt die Balance nicht mehr dann versuch schon genau wieder was zu machen aber auch da kam es schon vor so dieses ach scheiße ich hab die Balance versaut ich mach das ganze Ding weg das bringt so nichts mehr ach nee okay ich kann doch ein langes Messer draus machen also ich weiß nicht woher der Autor das alles wusste aber das bitte interpretiere ich da jetzt auch viel rein aber das ist schon irgendwie ein tiefes Verständnis von dem wie Fechter mit ihren Waffen umgehen und wie sie das auch sehen jetzt egal was genau die Fechten ja und wie Hersteller sozusagen mit bei der Herstellung mit den Waffen umgehen ja und ja dann kommt der sechsfingere Mann irgendwann wieder eben das ganze mit der möchte nicht so viel bezahlen und der Domingo möchte den Säbel aber äh den Rapier aber auch nicht rausgeben für weniger und der letzte Satz den Domingo zu dem sechsfingere spricht finde ich auch ganz schön weil den kann man auch in Hämmerkreisen garantiert mehrfach zitieren und immer wieder verwenden ihr seid ein Feind der Kunst und ich bin mitleute eurer Ignoranz das waren die letzten Worte die er je sprach ja also aufgepasst falls ihr mal wieder irgendwie in eine Diskussion über Kampfsport und Kampfkunst geratet ähm und ihr habt es da mit einem absoluten Hardliner der Kampfkunst zu tun ja wenn ihr die die True Art ähm TM beschmutzt ja kann es auch mal ganz schnell vorbei sein ja und dann versucht ähm Inigo ihn ja noch aufzuhalten das ist natürlich ein Kind klappt nicht aber er behält den Rapier den Spezialrapier für den Sechsjährigen und Inigo zieht dann aus und bereist die ganze Welt oder also die Welt heißt in diesem Fall Europa und geht halt lernt halt von jedem Fechtmeister von dem er kann und auch das ist eine interessante Parallele zu dem wie das ja tatsächlich ablief wir haben ja sowohl von Lichtenauer die sehr knappen Beschreibungen dass der halt durch die Lande gezogen ist und die Kunst nicht erfunden aber zusammengetragen hat von Fiore wissen wir auch entsprechende Dinge dass der quer durch Norditalien und Süddeutschland gereist ist und davon Leuten gelernt hat und so und dieses die Leute reisen rum ist ein ganz ganz übliches Motiv ähm was dann später so in Richtung 16. Jahrhundert Fechtschulen auch ein eingebaute war in das System ja wenn du quasi einen bestimmten Rang erreicht hattest und sozusagen selber Fechtmeister wurdest musstest du auf die Walz gehen also ich glaube es hieß nicht Walz aber lief im Endeffekt das gleiche raus so du musstest irgendwo in die Welt ausziehen für ein paar Jahre und durftest nicht dahin zurückkommen wo du warst das war natürlich ein praktisches System weil du dann auch nicht dir deine eigene Konkurrenz herangezogen hast wenn du Fechtmeister in der Stadt warst jetzt zum Beispiel Dünnberg willst ja nicht dass da fünf andere Fechtmeister dann auch noch da sind sondern du willst selber ja davon leben können dass du da Fechten unterrichtest und Fechtschulen machst und so aber so dieser Aspekt des Reisens und von vielen Leuten lernen und sich mit vielen Leuten auch messen und so ist in den historischen Quellen auch ganz zentral und ist auch heute noch gern wieder praktiziert also die HEMA Community ist nämlich zumindest wenn sie denn darf als sehr reisefreudige Community war wo man versucht sich von auch von vielen irgendwie was zeigen zu lassen und dann die eigenen Fähigkeiten zu verbessern Ja und Inigo verdient sich dann auch sein Geld damit dass er da wo er hinkommt den lokalen Matador herausfordert also den lokalen Fechtmeister dann drauf wetten lässt sich mit ihm duelliert dann entwaffnet er ihn und dann kassiert er quasi das Geld auch das ist nicht komplett unhistorisch weil es gab ja dann eben viele reisende Fechtmeister und die sind dann in eine neue Stadt gekommen und dann haben sie zum Beispiel gesagt ich brauche hier ein bisschen Kohle ich würde gerne Fechtschule veranstalten und dafür dann die Eintrittspreise zum Beispiel behalten nach Abzug der Kosten und dann konnte halt der Stadtrat sagen ja das passt oder halt auch nicht und wenn es da aber schon Fechtmeister gab konnte der sagen nee 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 Freundin du veranstalst hier keine Fechtschule das ist mein Revier und die sind auch durchaus mal aneinander geraten und haben dann auch genau das gemacht die haben sich irgendwo öffentlich duelliert und gesagt du hast nix auf dem Kasten na Quatsch ich hab nix auf dem Kasten du hast nix auf dem Kasten und da war sicherlich auch das eine oder andere Mal Geld im Spiel Das vermisse ich heutzutage noch ein bisschen in der Hämmer Szene das können wir ein bisschen forcieren finde ich ein bisschen Herausforderung ja du kannst doch nix ja krass Dackel und was auch sehr genau beschrieben wird ist das Training das Inigo macht also er ist dann rund zehn Jahre unterwegs danach und sein Tagesablauf sieht so aus er schläft jede Nacht vier Stunden würde man jetzt aus heutiger sportwissenschaftlicher Sicht sagen das ist ein bisschen wenig acht dürfen schon sein aber es ist ja auch eine Fantasy Geschichte und zwei Stunden am Tag presst er Steine Äpfel so groß wie Äpfel und das macht er um seinen Griff zu stärken dass er den Rapier besser halten kann weil er ist ja auch ein Spezialrapier dann macht er nochmal zwei Stunden am Tag Springen Ausweichen und Beinarbeit dass er gute schnelle Beinarbeit hat und nochmal zwei Stunden am Tag rennt er also geht laufen geht rennen sprinten damit seine Beine nicht nur schnell sondern auch stark würden und den Rest der Zeit hat er dann gefochten also ungefähr zweieinhalb Mal habe ich vorher ausgerechnet so viel hat er gefochten wie Athletiktraining gemacht und das ist ja auch ganz spannend also ich meine die Werte sind natürlich ein bisschen absurd aber so die Grundidee was meinst du da dazu finde ich super also dass ein signifikanter Anteil Athletiktraining ist da bin ich ja immer voll der Fan das Fechttraining das würde mich jetzt natürlich noch interessieren ob er da immer irgendwie einen Partner gehabt hat oder wie er das das Einzeltraining war und wie er das gestaltet hat ich fürchte dazu steht nichts im Buch oder nee aber er meint dass er Lehrmeister gesucht und gefunden hat Venedig Brüssel Budapest und von denen Unterricht gekriegt hat also er wird auf jeden Fall lektioniert gewesen sein und er hat sich ja auch immer mit den lokalen Fechtmeistern duelliert das heißt er hat auf jeden Fall auch Praxis gemacht ich nehme halt an wenn er gerade zwischen den Städten war und niemand dabei war hat er für sich selber trainiert das klingt nach einem guten Training ja genau also ich meine also wenn man wenn man die Stunden anzahl ein bisschen runterschraubt ein bisschen mehr Ruhephasen dazwischen packt ich glaube also wenn man so trainiert ich glaube da kommt schon was raus kommt schon was raus wie lange hat er dann wie lange hat er trainiert er war elf oder als sein Vater ermordet wurde und hat dann 20 Jahre lang 10 Jahre hat er trainiert bis er Anfang 20 war dann kam er quasi zurück zu Jeste und das war das Training ja er wollte vorbereitet dann hat er mit Jeste also seinem Onkel quasi hat er sich mit dem noch ein bisschen ausgetauscht aber meint dass er bereit ist gegen den sechsfängigen Mann anzutreten dann hat Jeste das bejaht dann hat er gesagt alles klar jetzt bin ich fechterisch soweit jetzt suche ich den und er hat sich gedacht naja wie schwer kann das denn sein den sechsfängigen Mann zu finden vor allem irgendeinen Anlebi ich reise da halt rum stelle ein paar Fragen und dann werde ich früher oder später wird schon einer sagen ja den kenne ich und das hat er dann gemacht das hat er dann also die ersten paar Monate war es noch war er noch ganz guter Dinge und als dann so die Jahre ins Land zogen und er immer noch keinen Hinweis hatte ist er dann langsam so ein bisschen deprimiert geworden und nach ein paar Jahren hat er dann irgendwann nicht mehr so richtig daran geglaubt dass er den noch findet er beschreibt das so schön wie er dann systematisch ganz Europa durchreist aber er hat halt eben diesen sechsfängigen Mann nicht gefunden und dann neigt er sich dem Alkohol zu er fängt dann an immer mehr zu saufen weil er so ah jetzt habe ich zehn Jahre lang trainiert aber ich habe irgendwie komplett außer Acht gelassen dass ich den ja auch finden muss und jetzt finde ich ihn nicht und jetzt kann ich meinen Vater nicht rächen und ist dann am Ende ein harter Alkoholiker und da wird er dann quasi von dem Sizilianer gefunden der ihn dann Schritt für Schritt von der Flasche wegbringt und wieder nüchtern macht weil der ihn gern für seine Verbrecherteam haben möchte seinen guten Degenfechter ja Rapierfechter und deshalb hört er dann auch auf den Sizilianer das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte hier dass er ihn sozusagen aus der Gothic geholt hat weil er Alkoholiker war weil er den sechsfängigen Mann eben nicht gefunden hat das ist so ein typisches Problem mit Zielsetzungen wenn man so konkrete Ziele im Auge hat man muss sich gewahr sein dass man diese Ziele eventuell nicht erreicht und dann ist die Frage was macht man dann aber genauso muss man auf dem Schirm haben dass man diese Ziele vielleicht erreicht und dann muss man sich fragen was macht man dann ja vielleicht kennt der eine oder andere auch das Buch Rumo von Walter Mörs wo es auch einen Fechtenmeister gibt der heißt Uschan Deluca der ein ähnliches Problem hat es klingt sehr so als wäre Uschan von Inigo beeinflusst und auf seinem Charakter aufgebaut das nur aber man am Rande erwähnt übrigens weil du das gerade sagtest mit der Zielersetzung Inigo macht auch ganz viel Visualisierung auch eine wichtige Taktik für Wettkämpfer nämlich er stellt sich immer vor wie das dann so ist wenn er auf den Mörder seines Vaters trifft und was er dann zu dem sagen soll ich meine man könnte ja viele Dinge zu ihm sagen und dann tut er so ein bisschen die verschiedenen Sätze hin und her und am Ende einigt er sich auf den sehr berühmten Satz den sicherlich auch viele von euch kennen Hallo mein Name ist Inigo Montoya du hast meinen Vater getötet mach dich gefasst zu sterben oder auf Englisch Hallo mein Name ist Inigo Montoya you killed my father prepared to die sensationeller Satz wenn den jemand beim nächsten Hämaturnier loslässt das gibt extra Punkte genau und weil er hat sich dann irgendwann gedacht schlicht ist besser und hat sich halt diesen Satz vorgenommen und dann hat er immer visualisiert wie das sein wird wenn er dann auf den sechstfängigen Mann trifft also der würde vielleicht hollen um Gnade betteln schluchzen Katz buckeln ihm Geld anbeten ihn zu rühren versuchen und sich in jeder Weise unmännlich aufführen aber schließlich setzte ja aber schließlich dachte er sich dann ja und dann dann mach ich ihn kalt dann ist es soweit und das ist so das was ich ausmache naja er hat immer sein Ziel vor Augen behalten bevor er jetzt sozusagen den Alkohol gefunden hat immer visualisiert wie wird das sein wie wird das sein wenn ich den Erfolg dann habe an der Stelle ganz klar zielstrebig unterwegs gewesen kann man so sagen ja also total ähnlich wie man das auch heute als Athlet macht wenn man sich irgendwie so Profikampfsportler anhört die sagen ganz oft auch genau das so ja ich hab das den kompletten Kampf durchvisualisiert durchgespielt im Kopf wie ich reinlaufe wie ich dann die erste Aktion mache wie er dann besiegt ist und so und das wird auch von vielen als ganz wichtiges Element immer angeführt das würde ich so bestätigen ist auch essentieller Bestandteil des mentalen Trainings jetzt hat sich Inigo dieser Gangster-Truppe angeschlossen und war er jetzt eigentlich wieder nüchtern oder ja also solange er bei den solange er bei den Gangstern war war er nüchtern da hat quasi der Sizilianer dafür gesorgt dass er nüchtern blieb deshalb war er immer so dankbar und hat seine Befehle ausgeführt auch wenn es hieß bring mal den schwarzmaskierten Mann da um und das ist die Figur von Inigo ja also eigentlich eine tragische Figur Vater umgebracht weil er das beste Schwert aller Zeiten gemacht hat und der wollte dann runterfeilschen Sohn hat versucht ihn zu rächen funktioniert nicht typisches Fantasy-Geschichten-Ding natürlich man lässt nie den Sohn seiner Feinde am Leben weil der dann erwachsen wird und sich irgendwann rächt und der Schauspieler der heißt Mandy Petinkin oder Petinkin und den kennen einige von euch vielleicht aus jetzt habe ich gerade den Namen vergessen wie hieß diese Terroristen-Serie diese Terroristen-Serie ja da gab es eine ganz bekannte Homeland hieß sie genau der spielte den CIA-Agenten mit einem großen rauschigen Bart und ganz cool der meint es vergeht kein Tag wo nicht mindestens zwei oder dreimal irgendwelche Fremden diesen Satz zu ihm sagen so hello my name is you killed my father prepare to die und es gibt manche Schauspieler denen geht das tierisch auf den Sack wenn sie so auf eine Rolle fixiert sind aber der Mandy also der Schauspieler von Inigo findet das großartig er meint er liebt das wenn das Leute zu ihm sagen und er ist total begeistert dass er in diesem Film drin war das ist so ein bisschen wie wenn man in der Sabor von Oz mitgespielt hätte quasi als der Film das erste Mal rauskam und der ist da super begeistert davon also einer der auch der Schauspieler der das alles ganz großartig fand und ja sein Gegner von über den sollten wir auch noch kurz was sagen der The Man in Black der Kerry Elves heißt er Wesley eigentlich ja genau der Charakter Kerry Elves der Schauspieler den kennen einige vielleicht von euch weil er dann später in Robin Hood Helden in Strumpfhosen Robin Hood gespielt hat wo er quasi seine Fechtskills dann auch nochmal verwenden konnte jetzt weiß ich auch wieder woher ich ihn kenne ja ich habe gerade nicht nachgeschaut ob man den aus irgendwas kennt ja okay der war glaube ich nicht so erfolgreich der ist in nicht mehr so high quality Filmen aufgetaucht wie er früher mal hatte und fechten gelernt haben die beiden von Bob Anderson und Peter Diamond über die beiden wie gesagt auch noch zu reden Bob Anderson legendäre Figur magst du mal kurz zu dem guten Bob was sagen der gute Bob der gute Bob hat war 1922 geboren als Robert James Gilbert Anderson kurz Bob Anderson und zwar in England in Gooseport oder Gooseport und ist allerdings schon verstorben 2012 bereits verstorben in West Sussex und er war zuerst Fechter also hat bereits im Kindesalter angefangen oder in der Jugend mit Fechten Säbel meine ich oder ja genau hat Säbel und ich glaube auch Degen aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher Säbel auf jeden Fall gefochten und hat dann bei der Royal Navy auf Kriegsschiffen anderen das Fechten beigebracht also hat selber dann schon Fechten unterrichtet und das Highlight wohl seiner spurtlichen Karriere waren die Olympischen Sommerspiele 1952 bei denen er mit dem britischen Säbel Team ins Viertelfinale gelangte im Einzel ist er schon eher raus gewesen und das war dann aber auch so ein bisschen mehr oder weniger schon der also da kam dann nicht mehr so viel in seiner Fechter Karriere und er hat dann aber sehr spektakulär weitergemacht denn er hat dann angefangen Schauspieler zu unterrichten zum Beispiel die beiden aus The Princess Bride und vorher aber auch noch Errol Flynn und hat auch ganz sensationell in Star Wars beigetragen oder zu Star Wars Filmen beigetragen denn man hat versucht dem Darth Vader Darsteller das Fechten beizubringen es hat aber nur so mäßig funktioniert und da ist er dann kurzerhand in das Kostüm geschlüpft und hat die Fechtsszenen gespielt Also ich glaube nicht alle oder? Nicht alle aber schon einige Also er hat doch zwei Sachen gemacht er hat doch die eigentlichen Choreografien mit ausgearbeitet oder war er sogar hauptverantwortlich für die ursprünglichen Star Wars Filme und eben auch dass er mal sozusagen im Vader Kostüm selber Hand angelegt hat Genau Also er war hauptsächlich für die vor Ort um sozusagen anderen das Fechten beizubringen und diese diese Stunt Choreografie zu machen aber das hat bei dem Schauspieler David Prowse der Darth Vader gespielt hat nicht so ganz so gut funktioniert und da ist er kurzerhand mal selbst in das Kostüm geschlüpft und er hat aber auch Filme also hat verschiedene Sachen selber gemacht aber eben auch hauptsächlich am Set dann als Stunt Choreograf gearbeitet zum Beispiel auch für die Zorro-Filme mit Antonio Banderas und Catherine Theta-Jones und auch für die Kampfszene oder Fechtszene in einem James-Bond-Film nämlich Die Another Day Stirb an einem anderen Tag die ist relativ zu Anfang da trifft James Bond gespielt von Pierce Brosnan auf den Antagonisten und sie fangen locker an mit einer Runde Degen und das eskaliert aber recht schnell also Degen tatsächlich noch mit Maske Outfit und so weiter genau also Degen im Sinne von Sport Degen genau da fechten sie auf so ein paar Punkte und ja dann eskaliert das und der Antagonist dessen Name ich im Film gerade nicht kenne zieht dann zwei Säbel von der Wand zwei scharfe Säbel und mit den Worten wir machen das jetzt auf die gute alte Art quasi First Blood of the Torso und dann geht es sozusagen mit den Säbeln weiter was auch noch recht gut aussieht also da hat man das Gefühl dass derjenige der diesen Kampf choreografiert hat oder der den beiden das beigebracht hat Ahnung vom Säbelfechten hatte was ja auch nicht gerungen so hier ein bisschen Armringen zwischendurch mal ganz nett und es eskaliert dann hoch bis zu Langschwertern dort ist es dann aber die hätte man dann vielleicht weglassen sollen also da da haben sie dann schon jeder so eine Eisenbahnschiene in der Hand und es wirkt alles sehr sehr schwer und unästhetisch oder finde ich nicht so schön wie die Säbelszene wer sich wundert warum die da scharfe Säbel haben das soll so ein reichen schickimicki Säbel Club sein weil Bonn treibt sich ja immer in den High Society Kreisen hoch und das finde ich eigentlich eine witzige Vorstellung dass die sozusagen einfach olympisches Fechten machen mit den verschiedenen Waffen aber die echten scharfen Waffen noch am Rand hängen haben falls es mal zwei richtig wissen wollen oder das Ding zumindest mal in die Hand nehmen ich glaube das wäre ich glaube das ich weiß nicht ob das so ist ich glaube fast nicht heutzutage in den normalen Vereinen aber ich glaube das wäre schon nicht schlecht das nicht aus dem Auge zu verlieren wo das mal ursprünglich her kam ich genau ja das ist im Prinzip der Bob Anderson der hat auch 2009 hat er nochmal an einem interessanten Film Reclaiming the Blade mit warte mal ganz kurz du hast jetzt sowohl die Herr der Ringe Trilogie als auch Fluch der Karibik unterschlagen bei den vielen Sachen die er gemacht hat kommt vor also er hat auch eben entsprechend Orlando Bloom Johnny Depp und Keira Knightley trainiert und ich finde Fluch der Karibik ist relevant weil so geistig also von der Inszenierung von der Art des Fechtens her ist es ja so ein bisschen der Nachfolger von dem Duell in The Princess Pride weil die unterhalten sich die ganze Zeit miteinander beim Fechten und das Fechten dient sozusagen zumindest in den ersten Fluch der Karibik Filmen ja der Charakterentwicklung in diesem Moment und nicht primär als Actionszene und es ist alles ein bisschen mit so komödiantischen Anspruch oder Anstrich und das ist eigentlich genau die Weiterführung von Princess Bride nur mit ein bisschen moderneren mitteln inszeniert würde ich sagen ja man müsste sonst irgendwie aufwendig den Charakter erklären und das geht ja viel leichter wenn man den irgendwie mal eine Blankwaffe in die Hand gibt ja weil da zeigt sich wie das funktioniert und wie man drauf ist wie man echt ist er hat es auch geschafft also unerfahrenen Schauspielern wie Viggo Mortensen also der hatte zuvor überhaupt keine Ahnung vom Fechten und den hat er sozusagen innerhalb von wenigen Tagen für die Herr der Ringe Trilogie trainiert und fit gemacht ja und der macht ja auch vor den Schlachten immer so ein also so eine Ox Variante manchmal so ein bisschen Richtung Schlüssel sobald der Cut dann da ist hat er das nicht mehr und er steht wieder in der Hut vom Tag und rennt auch die andere Horde zu aber es war schon immer nicht schlecht dass die Leute auch mal so ein bisschen Bewegungsqualität versucht haben mit da rein zu bringen genau Reclaiming the Blade Reclaiming the Blade du hast gemeint du hast ihn gesehen es ist ein ja es ist ein Dokumentarfilm von 2009 geht um ich habe ihn nicht gesehen ich habe jetzt nur die Beschreibung gelesen aber witzig ist wohl dass auch Hema mehr oder minder drin vorkommt beziehungsweise Hemaisten gezeigt werden und man kann da auch so eine schöne kleine Zeitreise machen denn die sind da überwiegend zu sehen mit Fechtmasken Gambelsons und Chinais also es ist ein ganz netter Blick so über zehn Jahre zurück in die Vergangenheit der Hema Szene bei Reclaiming the Blade den habe ich allerdings nicht gefunden auf den neuerlichen Portalen man kann ihn als DVD bestellen du lachst an meinem neuen Rechner wird es ja schon schwierig oder ihr fragt in der Hema Szene rum irgendjemand weiß garantiert wo man den herkriegt oder ihr sucht nach einschlägigen Portalen ja das war ganz spannend weil eben also ich habe den die Doku jetzt nicht nochmal angeschaut ich weiß nur noch von damals so grob dass sie eben ja halt so ein bisschen das Thema Schwertkampf einfach nochmal beleuchtet hat aber schon mit Hemafechten drin so ein es gibt ja Leute die das rekonstruieren wollen oder aber halt zu dem Zeitpunkt oder in dem Stand mit dem man das damals gemacht hat eben mit Eishockey-Ausrüstung Fechtmaske und China und so also wer unsere Greto-Folgen immer feiert lohnt sich auf jeden Fall mal den Trailer da nochmal anzuschauen den gibt es auf YouTube und ein sehr wichtiges Detail aus dem Leben von Bob Anderson er wurde von einem Ungar unterrichtet wie könnte es auch anders sein ja guter osteuropäischer Säbelfechter das waren damals die Besten und sind es auch heute noch dessen Namen also ich kann es probieren und wenn jemand von euch Ungarisch kann dann schickt er mir ein Audio Sample wie man das richtig ausspricht und ich schneide das dann hier rein also geschrieben ist es Akos Moldovani und bei dem ist es ganz interessant du hast herausgefunden der hat das noch quasi on the street miterlebt Säbelfechten genau der war in der ungarischen Armee und so zumindest die Geschichte er hat das letzte Säbel-Duell Europas das letzte scharfe Säbel-Duell wobei ich nicht genau weiß wie man das festmacht dass es das letzte war überwacht sozusagen also der war nicht sekundant von einem der beiden Fechter sondern er war sozusagen der der beobstigt hat dass das alles richtig abläuft das musste ja einem Kodex folgen wenn es da um Ehrfragen ging und da haben sich zwei ungarische Offiziere der Armee in die Haare gekriegt und ja das war halt so dieser Ehrbegriff den es ja auch bei uns dann gab wir reden hier von dem Jahr das habe ich mir gar nicht notiert müsste irgendwann vor 1950 gewesen sein oder ja genau hier steht in Ungarn war das Säbel-Duellieren noch bis 56 wurde das durchgeführt war natürlich alles illegal genau und der Akos Moldovani oder Moldovani der war eben einer der besten Säbelfechter der der Armee da und ja man hat halt erwartet dass man seine Ehre verteidigt wenn die irgendwie beschmutzt wurde und ja also ich meine wer sich ein bisschen mit der ganzen Duellkultur auseinandergesetzt hat es war jetzt nicht immer so dass man irgendwie sich schwer verletzen musste oder den anderen schwer verletzen musste um seine Ehre herzustellen was ja einer der Gründe war warum zum Beispiel Fiore meint hey wenn du mal ein Duell hast dann mach das einfach im Harnisch das ist viel sicherer dann machst du so ein bisschen Harnisch fechten und dann gibt einer auf und dann war es das und sozusagen wenn nicht das was dir was du damit klären willst also wenn das jetzt keine Rechtsfrage ist sondern nur so eine Ehrenfrage haben beide die Ehre hergestellt passt schon aber bloß fechten das ist ja viel zu gefährlich weil da machst du einmal was falsch und dann fehlt dir in den Körperteil oder bist du tot oder so und ja also diese Geschichte wir verlinken das mal in den Shownotes gibt es einen geilen Artikel auf Psychology Today der das auch sehr schön formuliert ich möchte das jetzt nicht komplett wiedergeben nur now Duels were strictly illegal so it was imperative that the police would have to be informed so that they could cordone off the area of the duel and make sure that no one was offended by such an illegal spectacle the chief of police duly had the town hall surrounded by armed officers to keep the public at bay ja also höchst illegal die Duelle darum hat man der Polizei Bescheid gegeben dass die auf jeden Fall das Areal absperren dass die Öffentlichkeit das auf keinen Fall sehen kann nicht etwa dass sie das Duell verhindert nein ja das ist halt so ihr Begriff was sich mit dem dann deckt was die Leute gemacht haben oder nicht da können wir auch über Deutschland mal irgendwann noch eine Folge machen das ist ganz spannend und ja das war wohl immer so dass halt der Akos dann wenn er mal ein paar Bierchen getrunken hat und die Leute wollten es hören dann hat er halt die Geschichte erzählt wie das damals war beim letzten Säbelduell Europas und ja das hat halt alles so in strikten Formen gefolgt wie das alles ablaufen musste und zum Beispiel waren die Offiziere von der Hüfte aufwärts nackt bis auf etwas Polsterung unter dem Arm unter der Achsel weil er in der Arterie entlang läuft und ja das ging halt also laut dem Artikel ging es darum dass man die Wunden die jemand hatte sofort gesehen hat dass man ja dass man halt nur so weit gegangen ist wie man auch gehen wollte und nicht weiter und dass ein Doktor noch die Waffen abgewaschen hätte mit quasi desinfiziert dass die schön sauber gewesen wären weil das wäre ja peinlich wenn man nach dem Duell eine Infektion spielt und solche Späße und ja die haben dann mit Duellsäbeln gefochten der Akos hat die beiden dann zur Mitte gebeten und hat gefragt ob sie nicht sich doch noch die Hände schütteln und die ganze Sache vergessen wollen natürlich macht man das nicht weil da wäre die eigene Ehre auch zerstört aber der Form halber muss das natürlich gefragt werden ob man nicht doch noch nicht zurückziehen will ja und da gibt es halt diese französischen Befehle die ich außer Angard jetzt nicht aussprechen versuchen werde dass man sozusagen sich bereit macht und fechtet und dann geht es los Angard, PrEP und Allee oder? Ethes, Woupret ah ja genau ich habe nie französischen Schule gehabt das heißt das ist sehr schwierig für mich was sagst du als zweite Fremdsprache? italienisch ach schau schau ich habe mein Möglichstes getan französisch als Fremdsprache zu vermeiden das eröffnet ja ganz neue ganz neue Dimensionen hier da können wir ja dann mal so langsam Richtung der italienischen Fechtmeister uns bewegen ja genau ich wollte gerade noch gucken ich habe es mal nicht gemerkt wie das Ganze ausging ah ok das war ein Duell bis zum ersten Blut also ja sobald halt erstes Blut da war war das Duell auch vorbei natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden aber durch die Mensur ja musste man natürlich also es war nicht so dass da jedes Mal jemand gestorben ist aber es war natürlich ein Risiko da dass man sich schwer verletzt bei dem Ganzen das war ja so ein bisschen auch der Punkt weshalb man das dann damit seine Ehre wiederhergestellt hat the good old fashioned way first blood of the torso genau so ja Italiener das hast du jetzt schon sehr schön übergeleitet waren wir fertig mit Bob oder gab es zu dem noch irgendwas gerade zu sagen beim Bob war man so weit durch okay also nochmal um das zu erwähnen das war der Choreograf für The Princess Bride der den beiden Fechten beigebracht hat mit denen die Fechtszene ausgearbeitet hat der wiederum hat von also der Bob Anderson hat von Akos Moldovani gelernt der in der ungarischen Armee war da ein bekannter Säbelfechter und das letzte Säbel-Duell überwacht hat und so Bob Anderson ja auch vorher Sportfechter gewesen das heißt falls uns Sportfechter hören die sich dem Ende ihrer Kaniere nähern also das ist ein ein schillerndes Beispiel dafür dass man danach noch erfolgreich also besonders als Säbelfechter erfolgreich weitermachen kann also einfach mit Thema anfangen und dann dann geht das schon seinen Weg genau ja jetzt kommen wir nochmal zu den Fechtmeistern aus dem Duell ich meine das ist wahrscheinlich jetzt das vertrauteste Territorium für historische Fechter und zwar nochmal er erwähnt im Film Bonetti Capoferro Thibaut Agrippa und im Buch zusätzlich noch Fabri und Saint ja wer sind das das sind alles Rapierfechtmeister Capoferro heißt mit vollem Namen Rodolfo Capoferro da Calgi und der war aus dem 17. Jahrhundert ein italienischer Fechtmeister der aus der Stadt Calgi geboren wurde und dann in Siena in der Toskana gelebt hat Siena war ich auch schon mal hat eine wunderschöne Altstadt da gibt es auch immer so ein Pferderin war das glaube ich was auch noch so alte Traditionen hat also lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzuschauen und da ist auch sein Fechtbuch entstanden Capoferro heute sehr beliebt in Rapierkreisen also so ein ich möchte mit Rapier anfangen und irgendwie interessiere ich mich aus welchen Gründen auch immer für die Italiener ist meistens Capoferro einer von denen die empfohlen wird zusammen mit Giganti und der nächste in der Runde ist Thibaut Gérard Thibaut d'Anvers D'Anvers aus Spanien wir werden auch sicherlich noch mal eine Disziplin das ist so schon fechtend Folge machen zum Rapier da gehen wir auf die ganzen Sachen noch mal ein bisschen ausführlicher ein auf die verschiedenen Stile hat auch ein Manuskript gemacht das Tresor ist so ein Stil der sich sehr stark auf Geometrie bezieht also wenn ihr ein ganz krass kompliziert aussehendes Diagramm für Fußarbeit oder Gieblin oder so gesehen habt im Zusammenhang mit Rapier dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach das Tresor aus der Tradition raus dann haben wir Agrippa Camillo Agrippa der hat von 1510 bis 1595 gelebt also 16. Jahrhundert der war Architekt Ingenieur und Fechter geboren in Milano und ist dann nach Rom gezogen und ja hat auch ein sehr schönes sehr schönes Fechtbuch veröffentlicht dass von Agrippa wissen wir dass er ich verdume mich jetzt nicht aber ich glaube es war Agrippa dass er kein kein anerkannter Fechtmeister weil er hatte diesen Titel nicht aber er war also ein bekannter Fechter seiner Zeit wohl zu Poinetti komme ich gleich noch dann Salvato Fabriz ist Salvato Fabriz der hat 1544 bis 1618 gelebt also auch so 16. bis 17. Jahrhundert quasi an der Wende der war ein Italiener ein Ritter und Fechtmeister wurde in Padua geboren man weiß nicht so genau was er am Anfang gemacht hat und hat dann aber Fechten also trainiert und gelernt seit jung war und war vielleicht auf der Uni in Padua und der letzte im Bunde ist der Henri de Saint-Didier das ist interessanterweise kein Rapierfechtmeister vielleicht ist das auch der Grund warum sie ihn im Film weggelassen haben sondern der hat das gemacht das sie das Sidesort nennen das war ein Franzose der wurde auch bei so einer reichen Familie in der Poitouise Provenz geboren und der war 25 Jahre lang in der französischen Armee war da auch im Krieg in Italien und interessanterweise Salvato Fabrice oder der Saint-Didier meint er hat mal einen Italiener getroffen namens Fabrice während er seinem Eigenfechtbuch gearbeitet hat und in Frankreich man geht davon aus dass es wahrscheinlich Salvato Fabrice war also dass die zwei sich tatsächlich kannten so über die Herren wird Alice in der Rapier-Folge noch sehr viel zu hören sein weil die natürlich sehr prägend waren für die verschiedenen Rapier-Stile das sind auch Leute die in der Hema-Szene recht bekannt sind darum will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen wenn noch eine spannende Gestalt ist ist Bonetti das ist Rocco Bonetti und der hat eine Kampfkunstschule aufgemacht in London 1576 und wenn man jetzt so hört London ich hab's mir gerade gedacht er ist übrigens Italiener und wenn man jetzt hört ein Italiener in London in dem Zeitraum gab's da nicht so einen Herren der ganz arg ganz arg was gegen Italiener hatte die in dieser Zeit in London Rapier unterrichtet haben ja George Silver hat natürlich was über Rocco Bonetti zu sagen nämlich dass der ein riesen ein riesen Sack ist um es mal zusammenzufassen und der ist aber ganz interessant also man weiß fechterisch nicht so viel über den aber der hatte eine richtig gut laufende Schule und der hat also seine Fechtschule war in einem Gebäude was später das Blackfriars vierte würde und das Blackfriars vierte das gab's zweimal und da wurde unter einem Shakespeare aufgeführt also wer sich irgendwie mit dem Shakespeare-Zeug auskennt sagt das auf jeden Fall muss und das zweite Black das Moment wie hieß es jetzt Blackfriars Theater wurde in den ehemaligen Räumen von Bonettis Fechtschule aufgemacht also die Räume waren ziemlich groß dass da ein ganzes Theater hinterher reingepasst hat und Bonetti hat sich das natürlich nicht gefallen lassen dass ihn da die ganzen Engländer angepöbelt haben ich ich weiß nicht ob sie das speziell gegen George Silver gerichtet hat oder mehr so das ganze Ding und der hat gemeint er könnte Moment ich muss kurz die er könnte quasi jeden Engländer die Knöpfe seines Anzugs antippen das war so ein bisschen so ein Ding dass man wenn man mit stumpfen Waffen gefochten hat also zu der Zeit gab es ich weiß nicht ob es die Regel war aber es gab es auf jeden Fall so Eskalationsstufen dass man erst gesagt hat wir fechten jetzt einmal stumpf und dann gucken wir mal wie es läuft und wenn du dann noch sagst ich will es wissen dann können wir nochmal scharf fechten aber so quasi dass man nicht gleich scharf fechtet sondern erst mal guckt oh der andere fecht viel besser als ich vielleicht ist das keine gute Idee und da gibt es von ein paar Leuten Geschichten dass die eben den anderen da hatte man so große runde Knöpfe an den Mänteln dran dass das quasi der Witz war dass man den anderen auf die Knöpfe getippt hat und wenn das halt so vier Knöpfe waren hat man halt alle vier nacheinander angetippt und dann wusstest du wenn du das nicht abwehren konntest dass er deine vier Knöpfe antippt dann kann er dich natürlich auch so erwischen und ja das hat quasi Bonetti gesagt so ein ich könnte jedem Engländer hier auf die Knöpfe tippen so mal übersetzt und dieses dieser Ausspruch wiederum der hat Einzug bei Shakespeare gefunden nämlich in Romeo und Julia das habe ich nicht gewusst ja und zwar gibt es eine Szene in Romeo und Julia wo Mercutio über Tibalt sagt The Very Butcher of a Silk Button ja also der der Schlechter eines Knopfes und das ist genau auf dieses Statement bezogen von Bonetti der öffentlich quasi gesagt hat er könnte jeden Engländer auf seine Knöpfe patschen und daraus leitet sich die Theorie ab dass die beiden Familien aus Romeo und Julia nämlich die Montaguus und die Capulets tatsächlich also das Spiel eigentlich in Italien aber tatsächlich unterschiedliche Fechtschulen repräsentieren und da habe ich ein geiles Paper gefunden das werde ich auch verlinken wo das im Wesentlichen ausgeführt wird dass Fechten in Shakespeare's Zeit natürlich relativ wichtig war und dass er von dem wie sie sich verhalten also dieses über die Italiener schimpfen über die Engländer schimpfen oder halt hier sind es nicht die Italiener und die Engländer sondern die Spanier weil die Spanier ja das Dresa gemacht haben und der andere der Bonetti ja auch das Dresa gemacht hat nee sorry nee vergiss was ich gesagt habe das war der andere aber dass es halt so rauskommt kann man schon mal durcheinander kommen ja also dass es so rauskommt dass es eigentlich die zwei Familien unterschiedliche Fechtstile repräsentieren und unterschiedlich fechten und dass das in Romeo und Juliet halt auch aufgegriffen wird natürlich heutzutage glaube ich nicht dass das noch so eine große Rolle spielt sondern das wird halt alles das gleiche Bühnenfechten sein aber zu Shakespeare's Zeit war das natürlich ein bisschen anders weil man da an diesen Streitereinen die ja auch durchaus sehr öffentlich ausgetragen wurden noch wesentlich näher dran waren übrigens absoluter Funfact zu Shakespeare dem Theaterstück zu Hamlet habe ich in der Schule das erste Mal ein Schwert in der Hand gehabt und mich mit meinem Schulfreund sozusagen duelliert wir haben Hamlet und Laertes gespielt und also Laertes war angepisst weil ja sein Vater umgekommen wurde und man schrieb es Hamlet zu aber es war eigentlich so ein bisschen nicht die Wahrheit auf jeden Fall haben wir dieses Stück in der Schule gespielt und dort gibt es dann eben auch eine Szene wo sie mit Rapieren fechten wo von einer vergiftet ist nämlich den den Laertes in der Hand hat um eben Hamlet wenn er ihn trifft sozusagen zu töten sehr sehr sicher und wir hatten nicht die geringste Ahnung was wir da tun und wir hatten auch nicht die geringste Ahnung wo wir da irgendwie vernünftige Waffen herbekommen sollten und aus irgendeinem Bühnenfundus über Beziehungen von irgendeinem Theater haben wir was natürlich Langschwerter bekommen also wir haben uns dann mit Eisenbahnschienen geprügelt also diese Fechtszene haben wir ein bisschen aufgebohrt und wir haben dann Kommentare danach bekommen dass das unglaublich realistisch aussah das lag daran wir haben das so geübt dass ich quasi das Schwert dann unter die Achsel meines Partners sozusagen durchschiebe er fängt die so in der Achsel und dann sieht es so dem Publikum die die abgewandte Seite vom Publikum und er sieht es so aus als ob das quasi dann in seiner Brust steckt und dann sozusagen hat er so ein rotes rotes Seidentuch fallen lassen sozusagen als Versinnbildlichung des Blutes und während der Aufführung wir hatten das zwar geübt aber wir waren unglaublich nervös und das lief dann so durch und ich mache diesen Stich und er gelingt nicht ganz ich treffe ihn sozusagen so ein bisschen an der Brust und rutsche dann so unter die Achsel und das trug natürlich dazu bei dass es unglaublich realistisch aussah denn ich habe ihn wirklich in die Brust getroffen und sein Gesicht war wirklich schmerzverzerrt ja und ja welche Rolle in dem Ganzen du warst Romeo nein das war Hamlet und ich war quasi der Bruder von Ophelia der den Tod seines Vaters Polonius rächen wollte weil er glaubte dass dieser nee ich glaube Hamlet hat ihn auch ermordet aber aus Versehen also es war nicht mit Absicht wenn ich mich dunkel erinnere gab es dann nochmal so Schauspielerrisse Ausflüge von dir zwischen damals und deiner letzten TV-Position letztes Jahr nee ich glaube nicht weiter das muss ich unbedingt vertiefen also ohne natürlich Schauspieler zu verletzen ich glaube das wird teuer aber also ich habe ihn auch nicht verletzt es war eben es ist ein blauer Fleck geworden ja sehr schön ja aber in diesem Zusammenhang so begann quasi meine eigentliche Hema Karriere ja ich habe noch mal nachgeschlagen also ich habe es jetzt nicht in Shakespeare selber nochmal nachgelesen aber das das ist schon dieses also das Fecht was sie da beschreiben ist so dieses Spanisch gegen Italienisch und das Spanische eben aus der Destresa-Ecke ich weiß es nicht ob Ronetti selber Destresa in der Schiene unterwegs war oder ob wir da überhaupt genug über ihn wissen aber in Shakespeare wird sich wohl darüber lustig gemacht über diese Stellung beim Fechten so dieses oh dann steht man ganz aufrecht und die Hand ist gestreckt für Schnitte und dann hat man super komplizierte Fußarbeit und so aber das ist halt genau die Beschreibung von Destresa wenn er dich lustig machen will das finde ich irgendwie geil das habe ich auch nicht gewusst bis zu der Recherche für die Folge aber das checkt ja außer Fechtern keiner also heute checkt das keiner mehr dass die sich da irgendwie über Fechter Dinge lustig machen und du das so genau verorten kannst und sagen kannst ah ja klar das ist eine Destresa-Anspielung und der andere war ah ok das geht auf die zwei auf die historischen Streite dieser Zeit zurück wie Silver gegen Italiener gepöbelt hat und Italiener zurück und solche Dinge ja das sind so Jokes oder Infos die oder Easter Eggs sozusagen die man erst mitbekommt und so richtig witzig findet wenn man ein bisschen Ahnung hat mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist Asterix und Obelix worin ja also nur für Kinder ist es ja sind das schöne Filme und für Erwachsene sind es aber auch ganz wunderbare Filme und ich habe selten so über einen Asterix und Obelix Film gelacht als ich ein bisschen durch Geschichtsunterricht wie soll ich sagen geprägt war es gibt eine Szene in einem Film da läuft Cäsar um einen Tisch herum einen großen Holztisch und da sitzt eben so sein Rad und einer der Mitglieder spielt mit einem Messer und wirft das immer so auf den Tisch dass es so drinnen stecken bleibt und zieht es wieder raus und Cäsar sagt irgendwann Brutus legt das Messer weg du verletzt sonst noch jemanden und für diejenigen die wissen wie Cäsar umgekommen ist ist das eine unglaubliche also er wurde von Brutus mit dem Messer ersternt es ist eine unglaublich witzige Szene die ich erst natürlich verstanden habe als ich das mal irgendwann im Geschichtsunterricht gelernt habe aber wir schweifen hier ganz schön ab ich wollte noch mal auf den lieben George Silver kurz eingehen der hat ein Werk verfasst Paradoxes of Defense in dem er absolut hart gegen italienische Rapierschule abhated und da schreibt das nur das englische also ich weiß gar nicht was das ist ob das ein Sidesword ist oder was genau was der ja genau so was könnte das sein dass das ja nur das das einzig wahre ist und dass die Italiener alle sterben würden weil sie ja so völlig unbedacht in den Kampf hinein rennen ja das die Diskussion die er da aufmacht ist ja auch dieses ist der Stich oder der Hieb schneller was ja eine Jahrhunderte während der Diskussion ist die heute ja immer noch lebt auch so diese diese also man wenn man nicht wüsste dass es aus dem 16. Jahrhundert ist dann könnte man auch sagen ja das hat keine Ahnung letztes Jahr irgendein Hemaist in einem Artikel geschrieben der sich darüber aufrecht dass manche Hemafechter irgendwie so völlig unbedacht ins Gefecht hineinstürmen versuchen mit einem Stich zu treffen ja also das ist der Hintergrund hinter dem hinter dem Duell ja um noch kurz das noch abzuschließen was mit den drei Gaunern passiert also Wesley der Mann in Schwarz hat dann den besten Fechter aller Zeiten bezieht quasi also hat gezeigt dass er ein großartiger Fechter ist als nächstes stellt sich ihm Fetzig der Türke entgegen und Fetzig wird gespielt von Andrey the Giant und das war einer der litt an Riesenwuchs ist auch nicht so wahnsinnig alt geworden und war Wrestler und Schauspieler und hat eben in dem Film mitgespielt witzigerweise wurde in den 70ern zuerst überlegt ob man nicht Princess Bride filmen wollte und damals war Arnold Schwarzenegger im Gespräch für die Rolle des Riesen was irgendwie auch witzig gewesen wäre und der ist in dem Buch auch ganz witzig beschrieben weil im Buch ringt er tatsächlich auch und es ist halt auch so dieses Problem er ist allen anderen körperlich so überlegen dass er immer sich zurückhalten muss und dann wird er mal ausgebucht weil die Kämpfe zu schnell vorbei sind und dann irgendwann merkt er er muss gegen eine Gruppe von Leuten kämpfen das ist dann der Trick warum die Leute ihn nicht ausbuhen und er vorbeiläuft aber dann wirft er den Stein absichtlich daneben und sagt ja wir könnten uns doch einfach auch du legst deine Waffe weg ich lege meinen Stein weg und dann bringen wir uns wie zivilisierte Leute um und im Buch ist das auch so nett setzt einen Rear Naked Joke an und Joke ihn dann aus wie man das heute auch noch machen würde gegen größere Gegner voll old school und ja dann der letzte in der Reihe ist der Sizilianer und der Sizilianer rühmt sich damit dass er unglaublich klug und gerissen ist also quasi der Lex Loser dieser Welt und dann droht er halt mit Buttercup zur Butterblume zu erstechen und der Mann in Schwarz schlägt ihm dann ein Spiel vor um seine Gerissenheit zu testen und dann willigt er ein dann nimmt er zwei Kelche mit Wein dreht sich weg stellt sie zurück und sagt so einer der Kelche ist vergiftet du suchst dir eine aus dann trinken wir beide gleichzeitig und dann gibt es einen langen Dialog wie er überlegt ob der die Art von Menschen der das gift in seinem eigenen Becher hat lacht sich ein ab fällt tot um und stellt sich raus dass beide vergiftet waren genau und der man in black nur die letzten jahre damit verbracht hat sich gegen dieses gift zu immunisieren genau und der man in black stellt sich das vor als der dread pirate robots den wie wir wissen aus dem intro der Wesley umgebracht hat und stellt sich dann später raus dass er Wesley ist ergibt sich dann Butter Klume zu erkennen und sagt naja also der dread pirate robert ja also der letzte dread pirate robert war auch nicht der ursprüngliche der hat den titel nur übernommen und er wollte sich aber irgendwann zur ruhe setzen und dann hat Wesley quasi den titel übernommen und so ging das quasi ein paar generationen zurück dass du kannst einfach nicht auf hoher See sein und dann irgendwie Franz Müller heißen sondern du brauchst halt eine starke Marke ja denn dread pirates robert das ist halt die marke und auch hier ganz spannend es gibt tatsächlich einen piraten der so hieß namens dread pirate robert voller name bartholomeos robert also known as black bart und der war in der karibik tätig im frühen 18. jahrhundert und wird von vielen als der erfolgreichste pirat aller zeiten angesehen hört hört genau der rest des films ist auch sehr schön fechterisch dann allerdings nicht mehr so wahnsinnig relevant wir können vielleicht noch spoilern dass am ende dann in nico tatsächlich auf den mann mit den sechs fingern trifft und seinen satz sagt hello my name is nico montoya you killed my father prepare to die und es wird dann noch gefochten genau also erst mal sagt er das dem im gang und er hat sich ja schon vielleicht auch direkt auf ihn zustürmen und was er dann macht ist er guckt ihn an und rennt weg das bringt nico total aus der fassung weil damit hätte er nie gerechnet dass der andere abhaut wenn er ihn zu Duell fordert und das schafft es dann aber irgendwann ihn zu stellen und dann kommt es zum zweiten großen Fecht Duell des Filmes und das auch sehr spannend weil warum ist nico der wirft ihm seinen Dolch in den Bauch so ganz hinterhält und hinterwuchs und dann kämpfen sie also er kämpft schon mit einer angestochenen Hauptschlagart da hat man nicht mehr so viel Zeit genau und da kommt auch was was ich danach so nicht mehr aus Filmen kenne und zwar er wehrt noch ab aber zu wenig ab also der andere versucht ihn sozusagen ins Herz zu stechen oder ins ja also so dieses er schafft es noch was zu machen aber weil er so angeschlagen ist nicht mehr so weit wie er eigentlich müsste und das finde ich auch geil weil das ist ja auch so ein Ding aus dem Fechten dass du halt nicht sagst er trifft entweder oder er geht komplett vorbei sondern dieses Zwischending ja er trifft aber halt nichts unmittelbar tödlich aber angenehm geht anders ja das rutscht irgendwie so ab und wie die Geschichte ausgeht am Ende das sollten wir das offen lassen was meinst du ja ich glaube das lassen wir offen das es wissen die Leute entweder oder sie schauen sich jetzt den Film an und ich glaube fechterisch ist das auch nicht das aller relevant ist ja es gibt auf jeden Fall ziemlich viele witzige Szenen und also ich habe sehr 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 viel gelacht bei dem Film äußerst unterhaltsam und kurzweilig ja die Gags sind auch nicht veraltet im Gegenteil es gibt ein schönes Zitat wo dann der Riese also fetzig den Mann in schwarz fragt warum er denn eigentlich eine Maske trägt oh it's just that masks are terribly comfortable I think everyone will be wearing them in the future oh ich denke Masken sind einfach wahnsinnig bequem und ich denke jeder wird sie in der Zukunft tragen wo man ja quasi sagen könnte da hat er das Jahr 2020 vorausgesagt antizipiert vielleicht hat er auch Fechtmasken gemeint ja Masken sind in vielerlei Hinsicht unglaublich ja genau ein sehr schöner Film wer ihn nicht gesehen hat lohnt sich anzuschauen wer ihn schon gesehen hat lohnt sich in Nostalgie zu schwelgen und ihn nochmal anzuschauen oder das Buch zu lesen wenn man es noch nicht hat oder das Buch zu lesen ja wo man noch ein bisschen mehr Hintergründe mitkriegt und William Goldman der Autor des Buches hat auch das Drehbuch für den Film geschrieben weshalb der Film auch sehr nah an dem Buch ist das ist auch eine Situation die man heute nicht mehr so oft hat ich konnte leider nicht rausfinden woher der Autor eigentlich diese ganzen Fechtgeschichten wusste also das hat ihn irgendwie scheinbar keiner gefragt ich habe da kein Interview oder was ähnliches gesehen er ist leider auch verstorben also ich kann ihn auch nicht mehr fragen weil das hätte ich schon noch spannend gefunden zu wissen woher er das eigentlich alles wusste also wie das an ihn herangetragen worden ist ob er sich irgendwie selber mit der Geschichte auseinandergesetzt hat oder was auch immer weil wenn das sozusagen aus dem eigenen Interesse draus entstanden ist dann wäre er ja der also wenn er jetzt quasi heute in den besten Jahren wäre seines Schaffens wäre er ja voll der Kandidat gewesen irgendwie Hema groß rauszubringen und sich dafür zu interessieren und da selber begeistert bei der Sache zu sein ja und in diesem Podcast als Gast aufzutreten das sowieso gut ich glaube wir haben den Film soweit soweit einmal durchgemacht wie gesagt drei spannende Artikel werden wir noch verlinken das über wie das war mit dem letzten Duell von dem Akos dann wie das aussieht mit den ganzen Italiener beschimpften sich mit Dingens hier Engländern in London und ja lohnt sich dieses Mal tatsächlich noch mehr als sonst vielleicht sogar die Shownotes zu lesen ja das Buch zu lesen den Film zu sehen das war hier quasi nur eine riesengroße Spoiler Nummer die wir hier gestartet haben was war deine Lieblingsszene meine Lieblingsszene war in diesem Sumpf ich habe gerade den Namen vergessen was war das Pit of Despair oder so irgendein Sumpf in dem sie dann ach der Feuersumpf der Feuersumpf genau in dem sie sind und die Ratten dort kommen und ja schaut euch den Film an ich ich musste als die die Ratten haben eine spezielle Bezeichnung und ich habe so schallend losgelacht als ich diese Bezeichnung gehört habe das ist fantastisch kleiner Cliffhanger jetzt hier zum Ende aber guckt euch den Film an spannenderweise gibt es einen Dokumentarfilm von 2017 der genau nach dieser Bezeichnung genannt ist oh was wir auch noch verlinken werden Guy Winster hat mal ein Video zu dem Ganzen gemacht wo so ein bisschen das mit den Rapierfechtern nochmal analysiert wie das dann aussehen könnte weil das wird jetzt nicht verwendet im Sinne von äh Rapierfentas sowieso sondern wie Angriffe wie also potentische Fans äh eine Kapuferos eine Attacke und Guy hat das ganz nett analysiert wie das aussehen könnte was die Einzelnen gemacht haben auch so ein bisschen witzig auch das werden wir einbetten auf der Homepage ja uns würde natürlich interessieren ob äh ob und wie euch diese Folge heute gefallen hat denn das war ja schon so ein bisschen ähm was Besonderes könnte man sagen wir haben ja auch eine kleine Umfrage gestartet die auch immer noch läuft in der wir uns Feedback von euch einholen die äh werden wir auch einfach der Einfachheit halber nochmal in die Shownotes packen und ähm verlinken sie auch regelmäßig bei Facebook so dass ihr da ähm daran teilnehmen könnt und auch generell Feedback zum Podcast beziehungsweise zu euren Interessen ähm geben könnt und ja ob euch solche Themen hier interessieren wir packen die unter einen Link und zwar unter schwertgeflüster.de slash Feedback 2021 da mache ich ein bisschen Post-Production-Magie dass wir den Link dann unter diesem dass man die Umfrage unter diesem Link dann findet also schwertgeflüster.de slash Feedback 2021 also für die Jahreszahl alles zusammengeschrieben und dann war es das für heute mit der Brautprinzessin beziehungsweise äh The Princess Bride ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe ihr fandet diese Folge genauso unterhaltsam wie Alex und ich also ich hatte auch bei dieser Folge heute sehr sehr viel Spaß und die die ganzen Einsichten die ja noch offenbart wurden zu Romeo und Julia ganz fantastisch ja auch da sollte man meine das ist so ein schwülziges Liebesdrama aber eigentlich geht es um eigentlich geht es um Fechten genau ganz genau dann macht es gut zusammen in diesem Sinne tschüss ciao in der nächsten Folge geht es mit den Disziplinen des historischen Fechtens weiter und wir gucken uns ein mehrere viele unendlich viele Systeme an in einem nämlich den Säbel oder die Säbel wie man vielleicht auch sagen könnte und wir haben uns dazu auch einen Experten eingeladen den Oliver Janseps seid gespannt und Untertitelung des ZDF, 2020